Pünktlich 8.30 Uhr starten wir. Guten Morgen, sehr gerne. Guten Morgen, DAX-Index-Webinar von Admiral Markets. Mein Name ist Roman Grotiansky, herzlich willkommen. Auf Ihren Bildschirmen erscheint jetzt die obligatorische Folie Risikohinweis. Devisen und CFD-Anlaufmargin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Sehr wichtig, Admiral Markets betreibt Execution only und wird niemals persönlich Anlageberatung bieten. Wenn Sie etwas gesehen haben bei den Webinaren, was Sie für interessant hielten, bitte verstehen Sie, wissen Sie, es geht nicht darum, etwas nachzuhandeln, nachzutraden. Wenn Sie etwas ausprobieren wollen, machen Sie das bitte auf einem Demokonto und erst wenn Sie sich ganz sicher sind, was Sie tun, wie Sie es tun, warum Sie es tun, dann können Sie es auch auf einem echten Konto testen, machen, tun. An dieser Stelle erneut der Hinweis, wir feiern Geburtstag und zwar vor sechs Jahren wurde die Dependence von Admiral Markets in Berlin aufgemacht. Wir danken Ihnen selbstverständlich für die Treue und wir freuen uns, Sie einladen zu dürfen zu unserer Geburtstagsfeier. Bis zu 60 Tage gibt es bei uns den DAX 30 und die Dow Jones 30 ohne Spread. Mehr Infos wie immer bei uns auf der Webseite www.admiralmarkets.de. Und jetzt begrüße ich auch Dirk Fraschewski, unseren Moderator. Dirk, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Roman und natürlich auch einen schönen guten Morgen in die Runde. Ist die Kristallkugel schon poliert? Die Kristallkugel, die hat nicht nur Politur bekommen, die hat ja auch die ganze Nacht hier Sturzgewitter, viel Wasser abbekommen. Hier hat es ordentlich runtergemacht und deswegen bin ich auch furchtbar gut ausgeschlafen. Na dann Orakel, du. Genau, es kann alles passieren. Ja, also auf jeden Fall erst einmal der Blick auf den DAX obligatorisch. Wir werden hier mal den Bildschirm etwas verbreitern. Ich hoffe, man kann es erst einmal gut sehen. Hier geht es erst einmal darum darzustellen, wo wir hier im gestrigen Handel kurzfristig auch wieder aufgesetzt haben. Nämlich, wenn wir hier auf den Chart, auf den Tagesbereich blicken, sehen wir auch relativ unschwer, wenn wir das auch noch ein bisschen vergrößern. Dass wir hier in diesem Bereich der gestrigen Tageskerze hier dieses neue Tief ausgebildet haben. Das heißt, wir haben dieses Tief vom 30.06. hier nochmals getestet. Im Bereich des Xetra DAX hat er ein sogar neues Tief ausgemacht. Also in diesem Bereich hier sehen wir das Tief bei 12.315, hier das Tief bei 12.310. Wenn wir den Xetra DAX hier mal als Referenz nehmen, haben wir von 12.319 vom 30.06. uns hier in Richtung der 12.316 nochmals gestern auf den Tief begeben. Aktuelle Bedingungen, wenn wir sehen, müssten wir jetzt Rückläufe auch wieder in dem Bereich dieser 12.04, 12.430 sehen und weiter wieder nach unten wegdrehen. Also das zumindest hier von der Prognose für die nächsten Handelstage. Warum diese Prognose? Warum diese Marktrichtung? Die generell draußen, die geopolitischen Risiken, haben hier ein bisschen wieder zugenommen. Erstens mal. Zweitens, dieses G20-Treffen wird nicht nur von der Polizei quasi hier in Hamburg beäugt und leider auch behandelt, sondern auch von den Börsen. Und dort werden ja auch heute zum Beispiel Herr Trump und Putin und auch weitere Politiker wieder in den Ether etwas herausblasen an wichtigen News. Und das wird natürlich auch den Markt ein Stück weit mehr beeinflussen können. Also das sollte man alles nicht so komplett auf die leichte Schulter nehmen. Die Charttechnik hier im Vordergrund natürlich bei uns zu behandeln, aber das Rauschen des Marktes bzw. also auch die Wichtigkeiten aus diesen fundamentalen und diesen politischen Fakten auch nicht wegdrücken. Wir sehen hier im Bereich des Tagescharts natürlich auch noch zwei blaue Balken hier. Einmal diesen blauen hier Bereich, den blenden wir jetzt erstmal aus, weil den haben wir jetzt schon zum zweiten Mal hier auch getestet. Das wäre hier also möglich, dass wir diesen Retest hier nochmal haben. Das bedeutet also, wenn wir unter diese Nackenlinie dieser 12.3.19, 12.3.16 diesen Bereich hier runterkommen, sieht es natürlich etwas ungemütlicher aus. Diese 100er Linie, die wir hier sehen, diese Moving Average hier ist die EMA 100, die hier auch bereits auf diesen Bereich hier die ganze Zeit hier rausläuft. Die signalisiert hier ist also auf jeden Fall auch nochmal so von der EMA betrachtet, ein sogenanntes Make-or-Break-Szenario und das haben wir als weitere Kursziele auf der Unterseite. Das ist das hier, dieser blaue Balken, den wir hier sehen. Den habe ich extra bis rüber gezogen, dass man das auch in einem kleineren Chartbereich noch vielleicht wahrnimmt. Das ist das Gap, also die Kurslücke. Die Kurslücke stammt hier noch vom April und stammt von diesem Zeitpunkt, wo Herr Macron als französischer Präsident gewählt wurde und der Markt da fulminant reagiert hatte und nach oben geschossen ist mit einer riesen Aufwärtskurslücke. Das wäre ein Kurslückenschluss im Bereich dieser 12.091 hoch betrachtet und das wäre zumindest auch hier aus heutiger Sicht für die nächsten Handelstage, für die nächste Woche auch noch das Kursziel. Natürlich kann bei einem Markt wie dem DAX und überhaupt auch aktuell in diesem Bereich viel passieren. Das kann auch in einem heutigen Handelstag bereits passieren. Wie es so schön heißt, muss es das aber nicht. Es ist nur eine Möglichkeit, dass wir zumindest auch schon da in diese Kurslücke hineinstoßen. Das ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen. Erholungstendenzen sehen wir hier aufgrund der Fibonacci-Anlage, die wir vom Rekordhoch hier an das letzte Zwischentief angelegt hatten. Diese Erholungsszenarien stehen natürlich nach wie vor noch im Markt bereit. Als erstes wäre hier dieser Bereich dieser 12.460 noch zu nennen. Gehen wir aus diesem Bereich raus und gehen auch in den kurzfristigeren Bereich, stauchen das Ganze noch ein bisschen mehr und schauen uns auch hier in diesem Bereich die letzten Hoch- und Tiefpunkte an. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel das letzte Erholungshoch, beziehungsweise, Verzeihung, das ist ja hier ein Bereich zu wenig. Wo sind wir denn hier genau im Stundenchart? Ich habe einfach auszusehen den 4-Stunden-Chart hier schon geöffnet. Da haben wir das letzte Zwischenhoch hier noch auszumachen. Einmal haben wir hier 12.497, 12.498 und das Tief hier. Und daran werden wir jetzt auch hier die Fibus nochmal anlegen im kurzfristigen Bereich, im Stundenbereich. Um uns auch auf dieser Seite hier noch diese Rücklaufmöglichkeiten, beziehungsweise Rücklaufziele nochmal kurz anzuschauen. Wenn wir hier sind, sind wir im Bereich 12.385 und im nächsten Schritt bei der 50-prozentigen Bewegung im Bereich der 12.407. Da wird es auch langsam dann schon interessant, wann hier die nächsten auf Stundenbasis, hier die nächsten Moving Averages hier auch reinkommen, wo wir hier in diesen Bereichen zwischen diesen 50er und zwischen dieser 61.8er hier auch schon wieder ein neues Short-Szenario entwickeln können. Sprich also zwischen dieser 12.400 und 12.430er Ebene kann es interessant sein, in diesem Bereich auch als Rückläufer das zu antizipieren und dort vielleicht auch mit einer Pending Order in den Markt vorzustoßen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu spielen. Gut, das jetzt erstmal zum DAX, wer da Fragen hat, beziehungsweise noch Rückfragen zu einigen Punkten noch hat, auf jeden Fall gerne schreiben, reintippen hier bei uns. Das ist ja letzten Endes hier keine One-Main-Show hier, nur das soll ja auch der eine oder andere seine Fragen stellen können. Also dazu gerne nochmal herzliche Einladung. Wir gehen auf die weiteren Punkte, die wir auch jetzt gerade am Mittwoch zum Beispiel schon mal angesprochen haben. Da haben wir ja beispielsweise auch das eine oder andere Währungsbar näher beleuchtet. Ich fange mal mit Euro-US-Dollar, diesem Grund hier auch an. Dieser Chart wird jetzt erstmal von mir leer gebombt, also das Ganze an horizontalen Linen und Fibus erstmal alles rausgelöscht und das auch nochmal vergrößert, eben im Vier-Stunden-Bereich. So, jetzt sollte man das auch relativ dick und gut sehen. Hier sind diese Zwischenläufer, die wir hier auch angesprochen hatten, tatsächlich so weit auch gelaufen. Eine Rückerholung haben wir am Mittwoch angesprochen, sprich also einen erstarkenden Euro. Der Dip war allerdings ein bisschen tiefer als die Position, die wir eröffnet hatten. Das passiert, das ist ein tägliches Trading-Geschäft. Die Grobrichtung, die Grobteuer-Einschätzung hat daran allerdings nicht gelitten. Das heißt also letzten Endes weiterhin ein leichtes Upside, also sprich eine Aufwärtsbewegung für den Euro-US-Dollar-Kurs, sprich für den Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung hier ist hier aus dem Grund auch ein Stück weit mit nach oben gelaufen. Wenn Sie sich nicht nur den Chart anschauen, sondern auch das anschauen, was letzten Endes den Devisenmarkt überhaupt bewegt, nämlich alles, was an Währungsbarmen bewegt, ist der Zinsunterschied und die Zinserwartung. Und die ist hier im Bereich des Euros aktuell ein sehr interessanter Punkt. Hier sind nämlich 10-Jahres-Renditen beispielsweise von den Bundesanleihen, aber auch von den französischen Staatsanleihen im Vergleich zu den US-Staatsanleihen ein Stück weit mehr wieder angestiegen. Also wir sind jetzt bei den Bundesanleihen, 10-Jährigen zum Beispiel, auf dem 1,5-Jahres-Hoch, sprich 18-Monats-Hoch, wenn man es so formuliert. Und bei den französischen Staatsanleihen ist auch erfreulicherweise das ein Stück weit noch weiter nach oben wieder gegangen. Es geht hauptsächlich darum, dass Sie sich jetzt einmal vorstellen, woran wird ein Währungsbar jetzt auch festgemacht, am Zinsunterschied. Und wenn sich eine sogenannte Zinsschere verengt, sprich also zwischen 10-Jährigen Staatsanleihen USA, 10-Jährigen Staatsanleihen Deutschland zum Beispiel, ist es relativ wahrscheinlich, dass dort das Währungsbar nochmals ein bisschen Luft ablässt, sprich also der US-Dollar etwas schwächerer wird. Sollte das anhalten. Kursziele, was wir hier auch in dem Bereich dieser Bewegung sehen, wenn wir auf den Tageschart gehen, das Ganze ein Stück weit wieder zurückdrehen hier, haben wir natürlich nicht nur die Admiral PIVOs, die wir hier in der Handelsplattform hineinfügen können, sondern auch aufgrund der letzten Aufwärts- und auch Abwärtsbereiche die Möglichkeit, hier eine weitere FIBO-Anlage zu machen. Einmal von dem letzten Zwischenhoch auf das letzte Zwischentief. Probieren wir natürlich das auch nochmal genau aus, das etwas zu stauchen und etwas perfekter anzulegen. Jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich das auch hier korrekt angelegt habe. So, das war das Zwischenhoch und das war das Zwischentief. Also um das nochmal genauer zu sagen, woher die stammen. 14.06. ist hier dieser 1.1295 Fimperbereich, also grob 1.1296 und dieser Tiefpunkt hier, die 1.1118, daran angelegt, ergeben sich dann auch die Projektionslevel, wo wir hier auch bereits schon im Test sind. Dieser 161.8 beispielsweise Level ist bei 1.145 und wenn wir jetzt nach oben noch das stauchen, bekämen wir also in dieser FIBO-Anlage eine Projektion bei 1.1580, 1.1582 in diesem Rahmen. Das jetzt wieder herauslöschend und auch auf das nächste, größere, auf den Tagesbereich nochmal blickend, haben wir zum Beispiel jetzt, wenn wir weiter zurückgehen, nämlich einmal hier diesen Bereich, diese 1.340 und im weiteren Bereich dieses Verlaufshoch, daran legen wir das auch an und wollen hier in dem übergeordneten Bereich nochmal gucken, wo hier dann die jeweiligen Rückläufer soweit auch sehen, wo wir die sehen. Das heißt also, diese große Unterstützung, die ist tatsächlich hier in diesem Bereich, wo wir schon mal waren und wenn wir das Ganze nach oben dann stauchen, dann bekämen wir, also jetzt in diesem Fall wird das hier nicht ausgewiesen, dann bekämen wir genauso gut auch noch, wie man hier den 23.6er sieht, bekommt man hier auch noch eine negative 23.6er ausgewiesen, also sprich also nach oben hin ausgewiesen. Das ist der Bereich, den wir hier schon wieder mit der schwarzen Linie nahezu hier sehen, diese 1.1580er beziehungsweise mit den 1.1530er Niveaus zusammen. Das heißt also, hier besteht dann auch schon wieder ein sogenanntes Cluster, FIBO Cluster, das dazu. Das lösche ich jetzt wieder raus und gehe in den 4 Stunden Chart wieder zurück und da schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal die kurzfristige Bewegung dieser Hoch- und Tiefpunkte hier nochmal an und weisen natürlich dann hier auf die Projektion auch nochmal hin, die hier auch schon wieder in diese Richtung kommen, die ich eben gerade ausgewiesen habe, nämlich auch dieses 1.1530er Niveau nahezu mit einer Projektion von der 161.8er. Das sind diese zwei Punkte, beziehungsweise mehrere FIBO Lines, die übereinander liegen können und dann ein sogenanntes Cluster ausbilden, sprich also, wenn mehrere FIBO Lines bei mehreren FIBO Anlagen in verschiedenen Zeitebenen auch auf denselben Punkt weisen, sollte man das zumindest ein Stück weit beherzigen und mal schauen, ob man nicht in diese Richtung dann entweder handelt oder zumindest an dieser Stelle dann mit einer Position sich dort vielleicht festigt in Richtung Short, dann zum Beispiel auf eine Rückerholung oder auf einem Abverkauf, kurz vor dem Wochenschluss zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Thesen, verschiedene Schritte, die man dort gehen kann. Die andere, die wir angesprochen hatten, das andere Währungspaar, das wir angesprochen hatten, war der Aussie. Der Aussie auf dem Tagesschart, den haben wir da nochmal thematisiert, weil das den langfristigen Abwärtstrend, der hier diese schwarze Abwärtslinie zu sehen ist, mittlerweile wieder gekratzt hatte, ein Aufsetzer gekratzt hatte hier und da war ja am Mittwoch oft die Rede, dass wir hier von einem leichten Abwärtssog nochmal ausgehen. Das ist soweit auch eingetreten. Auch das hier hat nichts mit Glaskugel oder mit irgendwelchen extremen mathematischen Wahrscheinlichkeiten und so weiter jetzt zu tun, sondern einfach mit dem Fakt, dass diese Tage vorher, die wir hier sehen, diese Aufwärtstage, die wir sehen, war letzten Endes ein Stück weit eine Spekulation der Marktteilnehmer auf eine Zinsänderung der Reserve Bank of Australia und da die nicht eintrat, wurde diese Fantasie dann auch relativ schnell wieder abverkauft, diese Fantasie verpufft, also letzten Endes auch ein Stück weit. Dass das auch noch parallel und auch praktischerweise und sinnvollerweise auch noch mit einem Chart noch zu untermauern ist, ist nicht nur freudig und macht nicht nur Spaß an der Chartlehre, sondern verdeutlicht auch, dass beides miteinander auf jeden Fall zu kombinieren ist. Also Charttechnik und Fundamentales und Sentiment gehören einfach ein Stück weit doch schon zusammen. Das zu diesen Punkten, die wir jetzt vorgestellt hatten. Jetzt gehe ich zu einem Wert, den ich zumindest aktuell ganz interessant mal finde, das ist Gold. Da ist hier eine Position eröffnet worden. Diese Position ist hier im Bereich dieser aktuellen Lage hier, wie wir es ja auch sehen hier, ist ja letzten Endes hier gerade hier in diesem Bereich der 12, 21, 12, 22 hier auch eröffnet worden und ist mit einem relativ knappen Stop-Loss hier auch reingestellt worden. Knapper Stop-Loss, also soll heißen, er liegt hier bei 12, 18, 25, einfach aus dem Grund. Wir haben hier rund um diesen 12, 18, 25er Stop haben wir hier verschiedene Tiefpunkte. Einmal hier 12, 18, 53, dann einmal hier das tiefere Tief mit 12, 17, 26 und dann nochmal hier den Testbereich hier heute Nacht hier 12, 18, 87. Wenn wir das auf dem 4-Stunden-Bereich nochmal sehen und das Ganze stauchen, haben wir zumindest in den letzten drei 4-Stunden-Kerzen, haben wir hier einmal die 12, 18, 87, die 12, 19, 11 und jetzt aktuell in diesem Bereich die 12, 19, 79. Das soll also heißen, erst einmal nur von der Reihen, von der Feststellung her, dass wir jeweils ein höheres Tief haben, dass wir halt hier zumindest mal schauen, dass wir auch das hier als erste Tret-Idee, als Stop-Loss-Idee, wo wir das am idealsten platzieren, dass wir das dafür einfach mal nutzen und auf eine leichte Erholung des Goldpreises hier auch zum Wochenschluss setzen. Wohlweislich der Dinge, die da passieren in Hamburg mit Thematiken, die ja letzten Endes die Welt angeht und wohlweislich auch der Entwicklung, die wir sehen, beispielsweise in Nordkorea, in Katar, in Nahost und sonst wo, wo es eben gerade nicht so prickelnd ist. Das sind einfach nur die Hintergründe. Der einzige Punkt, der an dieser Gold-Long-Geschichte nagt beziehungsweise ein großes Fragezeichen auch wirklich ins Gesicht bringt, ist die Zinsdiskussion und dieser Zinstrubel, der ja aktuell ja auch parallel zu den G20 auch immer wieder mal in die Medien gelangt. Das heißt ja nicht nur, dass sich hier Politiker treffen, sondern auch Zentralbanken-Chefs sind da unterwegs und wir haben es ja schon mit Sicherheit der eine oder andere auf den Tickern der letzten Stunden nur noch Tage, jetzt anderthalb Tage gesehen, dass dort vermehrt auch Notenbanker sich zu Zinsentwicklungen und Zinsdiskussionen äußern. Also deswegen Vorsicht immer hier auch, was den Goldpreis angeht. Er ist nun mal auch zinssensitiv und man sollte auf jeden Fall hier auch nicht zu viel Luft so einem Trade geben. Sollte das hier die nächsten 1-2 Stunden sich nicht in die richtige Richtung bewegen, muss man das Ding, auf gut Deutsch gesagt, auch wirklich plätten. So, jetzt habe ich erstmal gut und lang genug erstmal gesprochen. Gibt es denn irgendwelche Wunschmärkte bzw. Rückfragen? Also in der Tat war es lange, aber das war so schön, dass ich dich nicht unterbrechen wollte. Ach. So, gehen wir von oben nach unten durch. So, USD Rubbel, Long, eine gute Idee. Haben wir zum Beispiel. Der Rubbel, der Rubbel rollt. Da schauen wir doch mal, wo wir ihn haben. Das ist jetzt, ja, letztendlich auch ein Währungspaar, was man nicht so oft tatsächlich anfasst. Also jedenfalls nicht. Neues Chartfenster. So, das wollen wir uns natürlich auch dann schon richtig angucken. Machen das auch hier mit unserer normalen Chartdarstellung, damit wir nicht hier mit Kerzchen hoch und runter noch durcheinander kommen. So, dann gucken wir erstmal in den Tagesbereich, wo wir denn hier überhaupt aktuell überhaupt sind. Da muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen bei diesem Währungspaar. Im Schnelldurchgang quasi erstmal hier auch was Wochenausansicht und so weiter geht, wo hier überhaupt große, ja quasi Widerstände und auch große Ziele vielleicht hier zu finden sind. Zumindest hier einmal als erster Anlauf im übergeordneten Sinn könnte man hier eine 61,8er hier heranziehen. 62,90, 63er Niveau. Das wäre zum Beispiel erstmal hier ein Lauf, der nach oben dort im Test laufen könnte. Und der nächste Schritt wäre auf dieser Wochensicht, also wirklich sehr stark übergeordneten Sicht, wäre hier ein 67er Niveau. Das ist natürlich relativ viel. Jetzt schauen wir noch auf die Unterseite und gucken da, was wir in diesem Wochenbereich jetzt hier auch darlegen können. Gehen von diesem Rekord hoch hier auf diesen Bereich. Schauen natürlich auch im Tageschart erstmal, ob wir hier an der richtigen Stelle das angelegt haben. Ob das überhaupt das Tief ist. 55, 75, 55, 70 und 55, 68. Also sind wir hier. So, das Ganze nochmal etwas gestaucht. Und insoweit nochmal überprüfend. Also das ist erstmal im kurzfristigen Bereich. Jetzt nochmal im Tageschart. Na, verdammte Axt. Na, ich sag mal so, wenn du jetzt auf die Schnelle eine knackige Antwort hast, ist gut. Und ansonsten können wir es auch sein lassen, denn es geht ja nicht nur um Dollar-Rubel. Und ich habe noch einige Fragen für dich. Natürlich, natürlich. Das ist jetzt auch soweit. Erst einmal hier in diesem Bereich, finde ich nochmal dargestellt, jetzt im kurzfristigeren, beziehungsweise im Tageschart, sieht man ja dann hier auch noch, dass hier auf dieser Seite eben noch diese Bereiche 58 bis 57 jetzt so noch von Interesse sind. Also, was den US-Dollar-Rubel angeht, auch sehr, sehr einfache Antwort, finde ich zumindest, wenn ich das immer beobachten darf, gerade beim Royal-Preis, wer den US-Dollar-Rubel handelt, wer den Royal-Preis ein Stück weit aufwärts laufen sieht, kann auch nahezu deckungsgleich den Rubel im Wert steigen sehen. Also, das ist einfach etwas, was man seit vielen, vielen Monaten und auch über ein, zwei Jahren immer wieder sieht. Stabilisiert sich das beim Gold, beim Rohöl, dann wird auch der Rubel dort an Wert zu legen. Das einfach nur als Kernaussage. Gut, dann nehmen wir es so mit. Ein Teilnehmer fragt, müssen wir wirklich so viel Zeit mit Rubel vertrödeln, wenn einer von 400 Zuhörern nach Rubel fragt? Eine berechtigte Frage, muss ich sagen, aber an der Stelle, dieser Teilnehmer hatte noch eine andere Frage und wenn man nicht, ich will nicht sagen, nicht versteht, aber wenn man denkt, dass nicht alle Fragen willkommen sind, erstens sind alle Fragen willkommen und auch wenn eine Frage zum Exoten oder wie dem auch sei, kommt, wir versuchen diese auch zu beantworten und Sie, damit Sie es auch verstehen, Ihre Frage, Sie haben ja zwei Stück, die werden nicht beantwortet und verstehen Sie es bitte korrekt. Ja, ich hoffe, Sie werden mir da nicht böse sein, aber wie gesagt, alle Fragen sind willkommen und als Zeichen dessen, dass Sie es nicht so sehen, werde ich Ihre Frage jetzt aktuell einfach ausblenden. Gut, okay, was haben wir, was ist mit WTI? Mehrere, drei bis sechs Prozent Bewegung rauf und runter in 72 Stunden. Was mag das heißen? Ich habe ehrlich gesagt auch die Frage akustisch, ich habe momentan, der Ton war ja etwas schlecht. WTI, mehrere, drei bis sechs Prozent Bewegungen rauf und runter in 72 Stunden, was mag das heißen? Okay, WTI-Bewegungen, okay. So, also diese doch relativ starke Bewegung, die wir jetzt gerade in den letzten Handelstagen hier sehen, das wird angesprochen, ja? Also, dass es da letzten Endes hier Volatilität hier im Ölpreis gab, warum das und was soll das heißen? Das ist jetzt die Frage gewesen, nur damit es richtig versteht. Würde ich schon sagen, ja genau, der Teilnehmer bestätigt das auch. Okay, also wir sehen ja hier gerade, was hier diese doch abrupte Bewegung gerade in dem Ölpreis hier angeht, es hat auch ein Stück weit auch etwas damit zu tun, wenn Kontraktwechsel passieren an den Terminmärkten. WTI ist ein Handelsgut wie so ziemlich jeder andere Rohstoff eben auch und er wird in Kontrakten gehandelt. Diese sogenannten Kontraktmonate werden auch an den Terminbörsen natürlich immer in den fortlaufenden Monaten immer weiter berechnet gestellt und wenn es dann in Richtung eines Kontraktendes geht und auch in Richtung eines Kontraktwechsels geht und auch sich dann der breite Markt aus den jeweiligen Kontraktmonaten in den nächsten rollt, dann kann es schon mal zu gewissen Verwerfungen kommen oder auch zu einer Darstellung kommen, die vielleicht nicht so 100% sauber dann aussieht in einem fortlaufenden Chart. Das kann auch nochmal obendrein nochmal der Punkt sein. Also das sind mehrere Punkte, die da zusammen sich addieren. Und deswegen kann das auch von ersten Blick eben so sein, dass es sehr, sehr mega volatil alles aussieht. Und wenn man dann ein Stück weit zurückgeht, sieht es dann doch so aus, als hätte sich in den letzten zwei, drei Tagen einem Kursniveau von WTI doch nicht so extrem viel geändert. Also das nur mal von der Wahrnehmung her. Was die Richtung angeht, die Marktrichtung angeht, das hatte ich ja auch schon mal am Mittwoch schon mal gesagt, dass wir dieses kurzfristige Reversal gesehen haben, dieses kurzfristige Rückläufer gesehen haben, in diesem Bereich, den ich auch bei Brent auch genauso auch dargestellt hatte. Und dass wir hier jetzt wieder die alte Marschrichtung ein Stück weit wieder aufnehmen, nämlich die Abwärtsmarschrichtung in Richtung dieser 44 und auch sogar 42, die wir hier in Richtung dieses Südwärtsziels hier unten noch sehen. Wir haben hier auch noch das Verlaufstief im Bereich dieser 41, 22 übrigens noch offen. Also das zeigt übrigens auch, wenn man hier auch mal einen Trend einzeichnet, zeigt das übrigens auch, dass wir nach wie vor hier nicht großartig uns in einen bullischen Bereich hier bewegt haben. Also hier ist nach wie vor der alte Abwärtstrend noch zu sehen. Nehmen wir es so hin. Einige Kommentare, die jetzt nicht wirklich mit dem Chat zu tun hatten, hatte ich gerade schon beantwortet an die Teilnehmer. So, Dirk, jetzt muss ich schauen, was schon beantwortet blieb, was nicht. Gib mir bitte eine Sekunde. Noch eine Frage. Meintest du zuvor, das ist jetzt wie gesagt auf die Ausführung zuvor bezogen, meinten Sie, dass es zu einem Abverkauf im Euro-Dollar kommen könnte zum Wochenende? Ob ich das gemeint habe bei meiner Ausführung vorhin? Nein, 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 nein. Ich habe nicht gesagt, dass es jetzt hier plötzlich zu einem Abverkauf bei Euro-Dollar kommt. Ich sagte nur, in diesem Bereich hier, dass wir hier bei Euro-Dollar jetzt zumindest aufgrund der Zinsverengung und so weiter hier jetzt nach oben gelaufen sind. Und dass es zumindest dann, weil es ja typisch auch von der Entwicklung ist bei einem Trading-Stil, dass man nicht unbedingt immer nur anfängt, hier die Hochs zu kaufen und die Tiefs zu shorten, sondern dass man darüber dann auch nachdenken sollte, sich ein Stück weit antizyklisch zu verhalten. Soll also heißen, wenn wir jetzt tatsächlich hier im Verlauf des Tages auch nochmal ein Stück weit nach oben laufen, dann könnte es nicht verkehrt sein, auf eine kurzfristige Gegenbewegung zu spekulieren, sprich auf ein erstarkenes Dollar. Ich habe aber damit nicht gemeint, dass wir jetzt hier plötzlich wieder aus dem Fenster fallen und der Euro dann wieder abgeschossen wird. Das meinte ich damit nicht. Okay, nehmen wir gerne so hin. So, Wunschmärkte waren jetzt schon gefragt, aber die hatten wir auch. Dann würde ich sagen, du, 2 vor 9, machen wir heute pünktlich Schluss. Dein Schlusswort. Ja, da haben wir noch einen Punkt, wenn ich das sagen darf, für die jeweiligen Geschmack auch an Einzelaktien haben. Wir haben da so in den letzten Handelstagen einen Wert, der ist extrem zerschossen worden bzw. angeschossen worden. Jeder weiß, wovon ich spreche mit Sicherheit, wenn ich TSLA sage. Das ist übelst, was da gerade auch abgelaufen ist. Nicht nur von den Chart-RT, auch natürlich begleitet von den Nachrichten. Wir sehen hier den Tesla-Chart. Und mal so locker innerhalb von dieser kurzen Zeit ist hier 80 Dollar an Wert den Bach runtergegangen pro Stück. Ist jetzt nicht gerade wenig, finde ich. Und wenn man sieht, wo man hier die nächsten Aufsätze haben kann, da sind wir hier im Bereich 2,90, auch langfristig, wenn man das so macht. Da sieht man, dass es dort immer wieder in diesen Bereichen 2,90, 2,91, hier auch 2,86 und so weiter und hier auch sogar 2,87 immer mal wieder zu diesen jeweiligen Aufsätzen kam, beziehungsweise zu relevanten Hochpunkten und auch Tiefpunkten kam. Das heißt also, diese 2,90 sollte man vielleicht mal ein Stück weit näher beäugen. Ob wir da im Verlauf des Handelstages heute da noch dran kommen, dran kratzen, das sehen wir dann. Und dass man hier auch eine kurzfristige Erholungsbewegung wenigstens mitnehmen kann. Wer jetzt vorhat, Tesla noch zu shorten, natürlich darf man das tun, sollte man aber trotzdem noch mal Intraday ab 15.30, wenn die Amis tatsächlich auch dann reinkommen, dann schauen, dass man einen Rückläufer noch erwischt, einen kleinen. Und natürlich das auch nicht mit zu viel Luft. Man sollte nämlich bei solchen Dingen gerade jetzt hier auch einen Short-Squeeze, einen schnellen Short-Squeeze noch mal befürchten. Also das sollte man auf jeden Fall beherzigen. Dirk, eine Frage vielleicht, ein kurzes Kommentar, wirklich ein, maximal zwei Sätze. Mach mal bitte Silber auf. Silber hast du, genau, da hast du den, du hast den Daily Silber. Ach, habe ich den unten sogar, habe ich gar nicht gesehen. Genau, den Daily hattest du gerade, also ich habe den. Ah, da ist er doch. Genau, und hast du eventuell einen Kommentar zu der Kerze, also Daily ist etwas blöd, aber du kannst runtergehen und, ich meine, hier sieht man die schon, aber natürlich, je weiter runter du gehst, desto extremer wird die aussehen. Wenn du einen Kommentar dazu hast, also wenn eine Meinung da ist. Kommentar dazu, zu Silber habe ich aktuell überhaupt nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was da heute Nacht, beziehungsweise was da jetzt gerade passiert ist, weiß ich nicht. Gold und Silber in diesem Bereich, also Gold und Silber sei schon, Silber habe ich in diesem Bereich dort nicht angeschaut. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich habe auf jeden Fall schon auf Goodmode kontrolliert, also die Kurse, die waren bei mehreren Liquiditätsprovidern zu sehen. Insofern kann es sich nicht um einen Fehler handeln. Also das steht schon mal fest. Okay. Eigentlich wollte ich das, also ich war mir sicher, aber da haben sich einige Teilnehmer, nicht Teilnehmer, einige Kunden schon heute früh gemeldet und das habe ich überprüft und naja, wäre interessant, wenn du dazu eine Meinung hättest, aber man kann ja nicht alles haben und wir haben 9.01 Uhr, insofern dein Schlusswort. Ja, diese 14.40 Uhr und so weiter, die man beispielsweise an der Forex sieht, sind soweit als Tagestief zum Beispiel, was Silber hier angeht, markiert und ob man jetzt diverse andere Datendienstleister jetzt quasi mal cross-checkt, das ist natürlich dann auch, weil es eben Forex hier in diesem Fall dann wäre, möglich, dass es dann verschiedene Tagestiefs zwischen 14.40, 14.80 und so weiter gibt bei so einer Extrembewegung. Wir haben ja immer wieder, was jetzt auch Währungsbar angeht, wenn irgendwo mal ein Liquiditätsloch entsteht, dass dort Kurse dementsprechend auch verzerrt sind. Hat nichts mit dem Broker zu tun, dass der dann auf einmal schlecht ist oder was auch immer, hat auch nichts damit zu tun, dass die Chartsoftware irgendwo mal versagt, sondern es ist letzten Endes dann tatsächlich so passiert, dass der Preis dann plötzlich auch nach unten flutscht. Auch hier kann es etwas mit dem Terminmarkt zu tun haben, höchstwahrscheinlich, dass es einfach dort eine Regelung gab, beziehungsweise die dazu auch beigetragen hat oder wieder so eine wilde Theorie, die man ja sehr oft dann auch schnell prüfen kann, ob es sich hier um einen sogenannten Fat-Finger-Trade gehandelt hat, ob da irgendeiner mitten in der Nacht in Asien zum Beispiel da ein paar Nullen zu viel eingetippt hat. Das schauen wir hier von der Uhrzeit, könnte das so fast hinkommen. Gut, das an der Stelle. Sorry, man kann nicht alles wissen und das muss man auch nicht. Die Hauptsache ist, dass man weiß, wo man das nachprüfen kann und wo man das nachlesen kann. Das werde ich auch tun. Ich werde das mal ein Stück weit analysieren, was da passiert ist. Und kann auch schon mal so weit sagen, dass wir zumindest uns das Silber, das hört sich ja hier zumindest auch mal interessant an, auch jetzt gleich im Punkt 10-Webinar da nochmal genauer anschauen. Dazu herzliche Einladung an der Stelle. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende, gute Erholung, natürlich heute noch gute Trades und achten Sie bitte auch auf den Bereich 14.30 Uhr heute. Die US-Arbeitsmarktdaten sind da heute dran. Da wird es ruppig werden oder kann es ruppig werden. Dementsprechend bitte darauf achten. Dankeschön, bis dahin. Tschüssi. Das ist doch schon mal was. Heute Punkt 10 wird wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, auf diese Kerze eingegangen. Insofern machen Sie es mit, wenn Sie noch nicht für die nächste Webinare registriert sind. Punkt 10, fünf Tage, fünf verschiedene Trader. Heute die Analyse von Dirk Frischewski in weniger als 60 Minuten und alle Anmelde-Links wie immer bei uns auf der Webseite. Abgesehen von der Geburtstagsaktion, die aktuell noch ist, freuen wir uns, wenn wir Sie auch von unseren Bedingungen überzeugen können. Zum Beispiel bei dem DAX haben wir außerhalb der Aktionen den Einzigartigen Spread von 0,8 Punkt typisch, von 8 bis 22 Uhr. Und das alles in CFD-Minis gerne gehandelt. Also ab einer Punktwertigkeit von 10 Cent. Keine Stopp-Abstände, keine Mindesthaltedauer, keine Re-Quotes. Auf Ihren Bildschirmen jetzt die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich schneller zum Schluss kommen und weniger reden, weil mir gerade mitgeteilt wird, dass der Ton von mir sehr zackig kommt. Das tut mir leid. Ich muss dann wohl überprüfen, woran es liegt. Auf jeden Fall, das sehen Sie jetzt. Viel ist dazu auch nicht zu sagen. Und ich bedanke mich letztendlich auch für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, machen Sie es schön. Aller spätestens hören wir uns dann am Montag, 08.30 Uhr. Tschüss.